Ich fühle mich jetzt eigentlich auch nicht unsicherer als davor, aber ich finde die Gesetze sollten auch auf jeden Fall strenger gemacht werden mit den Abschiebungen. Ich denke, es wäre jetzt unglaublich verkehrt, wenn wir jetzt aufgrund des Fehlverhaltens von vier Personen ein Pauschalurteil über alle Flüchtlinge hier fallen, wie es manche Medien bzw. Parteien in Deutschland machen. Dass das Gesetz ein bisschen härter gemacht werden sollte, finde ich schon auf jeden Fall. Aber ansonsten, ich denke, das kann immer passieren.